Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um diese schöne Beauty Queen hier gehen. Ich rede von dem Stativ, nicht von der Kamera. Denn dazu gab es eine ganze Menge Fragen unter den letzten Videos und ich dachte mir einfach, dass ich dazu einfach mal ein Video mache und genau erkläre, woher dieses Stativ kommt, was es alles kann und was auch die Nachteile sind. Also viel Spaß damit. Die wichtigsten Fakten zuerst. Das Stativ ist von der Firma Really White Stuff. Die kommen aus den USA, produzieren auch direkt in den USA. Und es ist auch relativ schwierig, hier in Deutschland an dieses Stativ ranzukommen. Es gibt ein oder zwei Importeure, ein oder zwei Online-Shops, die das Ganze importieren. Natürlich ist das Ganze dann auch wesentlich teurer als in den USA selber. Das Stativ 4, was ich habe, gibt es in verschiedenen Ausführungen, das heißt in verschiedenen Größen. Und ich habe hier das TVC-33 und der Kugelkopf dazu, der heißt BH-55. Das ganze Stativ ist sehr, sehr teuer. Also ich würde es auf keinen Fall irgendwelchen Anfängern empfehlen zu kaufen, denn das ist wirklich eine Entscheidung, wo man mal ein bisschen länger drüber nachdenken sollte. Aber sobald es darum geht, dass ihr wirklich intensiv Fotos macht und in was investieren wollt, was ihr nur einmal machen wollt, dann kann man darüber auf jeden Fall nachdenken. Für mich ist ein gutes Stativ essentiell bei meiner Arbeit, gerade wenn man auch mit hochwertigen Objektiven zum Beispiel arbeitet. Was bringt einem das Ganze, wenn das Ganze dann auf einem wackeligen Stativ steht? Also von daher für mich persönlich als Fotograf, der damit sein Geld verdient, ist es besonders wichtig, dass ich auch ein Stativ habe, worauf ich mich wirklich zu 100% verlassen kann. Und auch nicht nur im Sonnenschein, sondern auch in Witterungen, wo es wirklich extrem wird. Wie zum Beispiel in Island im Winter oder aber auch in der Wüste in Dubai, wenn es dann 45 bis 50 Grad sind. Früher habe ich mit einem ganz normalen Manfrotto-Stativ fotografiert. Das habe ich so lange benutzt, dass es wirklich eigentlich auseinandergefallen ist. Und danach habe ich mir dann überlegt, okay, investiere ich jetzt wieder in ein Stativ so um die 200 bis 300 Euro oder mache ich etwas, sage ich mal in Anführungszeichen, Verrücktes und investiere ein bisschen mehr Geld, aber dafür wahrscheinlich ein einziges Mal in meinem ganzen Leben. Denn dieses Stativ ist wirklich jetzt nach dem Test, wo ich es jetzt über ein Jahr habe, so haltbar, dass ich davon ausgehe, dass ich nie wieder ein neues Stativ brauche. Ich habe das Stativ jetzt über ein Jahr lang getestet und kann demzufolge mit ruhigem Gewissen dir meine persönliche Meinung dazu sagen und möchte dir jetzt im Nachgang auch ein paar Vorteile und auch ein paar Nachteile darüber erzählen. Wobei natürlich die Vorteile hier definitiv überwiegen. Der erste Vorteil, das Stativ ist komplett aus Carbon, das heißt, es ist sehr, sehr leicht und auch sehr, sehr beständig, was Witterungen angeht. Ich kann damit wirklich, wie schon gesagt, im tiefsten Winter fotografieren, ich kann auch damit in die Wüste gehen, ich kann es ins Salzwasser stellen, es ist überhaupt kein Problem. Natürlich sollte man danach das Ganze ein bisschen pflegen, also das Ganze auch dann irgendwann mal auseinanderschrauben, ein bisschen sauber machen, aber es ist wirklich auf sehr, sehr lange Haltbarkeit ausgelegt. Was mich auch noch extrem an diesem Stativ begeistert ist, es hat keine Mittelsäule. Und jetzt denken sich einige, ja, es hat keine Mittelsäule, dann kann man es ja gar nicht höher schieben, das Ganze. Aber eine Mittelsäule macht das Ganze extrem instabil. Und gerade wenn man die Mittelsäule dann ausführt, dann kriegst du es vielleicht auch manchmal sogar mit bei deinem eigenen Stativ, wenn du sowas hast, dass es dann doch ein bisschen wackeliger wird als ohne. Und deswegen habe ich hier einfach komplett drauf verzichtet. Und das hat auch noch einen weiteren Vorteil, denn ich kann das ganze Stativ auch einfach mal komplett auf Bodennähe bringen. Das kann ich dir jetzt hier auch einfach mal demonstrieren kurz. Ich werde jetzt hier einfach mal das ganze Stativ kurz aufdrehen. Man kann es extrem klein machen. Und wenn ich jetzt hier das Ganze auf Bodennähe bringe, dann kann ich hier das Ganze wirklich komplett runter auf den Boden bringen. Was extrem cool ist, Natürlich muss man immer darauf achten, dass dann der Fuß hier nicht im Weg ist, wenn man weitwinklig fotografiert. Aber sobald man hier durch die Mitte durchfotografiert, ist das überhaupt kein Problem. Und wir haben wirklich jetzt ein Stativ aus extremer Bodennähe, was mit einer Mittelsäule natürlich nicht so sehr möglich ist. Wie ich schon gesagt habe, gibt es das ganze Stativ in verschiedenen Größenausführungen. Und das ist ganz wichtig, dass du dir dein Stativ, wenn du es dir kaufen solltest, auch wirklich darauf ein bisschen anpasst. Really Right Stuff sagt dir auch genau auf ihrer Webseite, worauf du genau achten musst. Und zwar geht es darum, dass wenn du vor dem Stativ stehst und die Kamera drauf ist, dass du wirklich relativ gut auf Augenhöhe deinen Sucher hast, damit du da wirklich auch sehr gut durchfotografieren kannst und das Ganze auch noch komfortabel ist. Sobald du dich anfangen musst zu bücken oder dich auf die Zehenspitzen stellen musst, wird das Ganze auf Dauer etwas unflexibel. Und dementsprechend sollte man da schon darauf achten, dass man die richtige Größe auswählt. Was mir an diesem System extrem gut gefällt, ist die Möglichkeit, an der Kamera eine sogenannte L-Schiene dran zu schrauben. Die seht ihr jetzt hier. Die ist dauerhaft an meiner Kamera dran. Und der große Vorteil von dieser L-Schiene ist, dass ich sowohl ganz schnell im sogenannten Landschaftsmodus bin, das heißt also im Querformat, aber ich kann es auch mit einem Klick auf den Porträtmodus, also auf das Hochformat, wechseln. Und das ist möglich mit dieser sogenannten L-Schiene, die es mit dazu gibt. Und das ermöglicht mir, ganz flexibel und ganz, ganz schnell hin und her zu wechseln. Gerade wenn ich bei Landschaftsaufnahmen bin, dann kann ich ein Motiv sehr, sehr schnell in verschiedenen Ausrichtungen fotografieren, was das Ganze sehr, sehr cool macht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Zubehör. Ich habe nach einer Lösung gesucht, wo ich wirklich alles aus einer Hand bekomme. Und gerade wenn es dann um Panoramen und so weiter geht, dann hatte ich mit Manfrotto immer noch andere Lösungen von anderen Herstellern. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich habe wirklich alles aus einer Hand. Really Right Stuff bietet mir auch die Lösung an für Panoramen zum Beispiel. Ich habe jetzt hier die Lösung für einseitige Panoramen, aber hier kann ich einfach die Schiene dann dazwischen setzen und das Ganze ist sofort einsatzbereit. Zusätzlich zu der Panoramaschine habe ich mir hier auch eine sogenannte Leveling Base dran geschraubt. Das heißt, selbst wenn das Stativ auf einer schrägen Ebene steht, habe ich die Möglichkeit hier mit dieser Leveling Base das Ganze hier oben nochmal auszubalancieren und das Ganze dann wirklich hier oben schon gerade zu machen. Dazu gibt es auch hier dann nochmal eine Wasserwaage und das Ganze kann ich dann hier schon wirklich gerade ausrichten. Das hat dann den Vorteil, wenn ich dann zum Beispiel Panoram fotografieren möchte, dass ich dann gar nicht mehr über den Kugelkopf irgendwas ausbalancieren muss, sondern der wirklich schon komplett gerade ist und ich dann einfach hier am Kugelkopf das Ganze so hin und her drehen kann. Wenn ich das Ganze über den Kugelkopf machen würde, dann hätten wir immer den Nachteil, sobald ich anfange zu drehen, dass dann das ganze Bild irgendwann wieder schräg wird. Und das können wir damit komplett vermeiden. Was auch noch richtig cool ist, ist dieses Tischstativ. Das gibt es auch von Really Right Stuff. Was sehr, sehr cool ist, denn laut Herstellerangaben hält es bis zu 40 Kilogramm aus. Also man kann da auch wirklich mit einer Red Dragon zum Beispiel drauf filmen oder sonst was. Das funktioniert alles und es passt auch direkt mit dieser L-Schiene hier rein. Ich habe zum Beispiel das eine Foto aus New York vom Times Square damit fotografiert. Da gab es auch viele Fragen, wie habe ich dieses Foto gemacht? Einfach die Kamera draufgepackt, auf die Straße gestellt, einmal abgedrückt und fertig war das Bild. Und das ist der große Vorteil von solchen kleinen Stativen, auch zum Beispiel, wenn man auf irgendwelche Hochhäuser rauf geht, wie das Empire State Building, wo normale Stative verboten sind. Mit so einem Ding kommt die überall rein. Und das ist genauso gut wie das große Stativ. Kommen wir jetzt zu dem Kugelkopf. Der ganze Kugelkopf ist auch sehr, sehr robust gebaut. Er ist zwar auch relativ groß, aber dafür kann er auch wirklich sehr, sehr schwere Kameras aushalten. Der Kugelkopf, das ist der BH55 und hat sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Zum einen liebe ich hier diesen Verschluss, das heißt, es ist einfach hier nur so ein Schnappverschluss. Damit kann man sehr einfach und sehr wirkungsvoll die Kamera festmachen. Da passiert dann auch wirklich gar nichts mehr. Habe ich am Anfang gar nicht so gedacht, aber das ist eine viel bessere Technik als zum Beispiel bei anderen Stativen. Wir haben hier insgesamt drei verschiedene Räder dran, an denen man drehen kann. Das erste, das größte Rad hier, ist natürlich dafür da, damit man den Kugelkopf hier lösen kann. Das Ganze geht auch sehr, sehr geschmeidig. Wir haben hier oben auf der Platte auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze über eine Wasserwaage auszurichten. Und sobald ich dann hiermit glücklich bin, kann ich das Ganze hier wieder festdrehen. Das sitzt dann auch wirklich bombenfest, da passiert gar nichts mehr. Dann habe ich hier an der Seite noch zwei kleinere Räder. Zum einen habe ich hier das untere Einstellrad. Wenn ich das hier löse, dann kann ich den Kugelkopf hier einfach um seine eigene Achse drehen. 360 Grad. Zum Beispiel, wenn ich Panoram fotografiere, ist das hier sehr, sehr schön. Wir haben hier unten auch direkt das Ganze eingraviert, die Gradzahlen eingraviert. Das heißt, ich kann hier immer ganz genau gucken, um wie viel Grad ich meine Kamera weiterdrehe. Das ist also sehr, sehr schön. Und der obere Knopf hier, damit kann ich noch einstellen, wie doll oder wie geschmeidig dieser ganze Kugelkopf verwendet werden soll. Das heißt, wenn ich das Ganze hier stärker einstelle, dann wird das Ganze hier oben etwas schwieriger zu bewegen. Da muss man einfach einmal seine Einstellung finden, wie man es gerne hätte und dann lässt man dieses Rad eigentlich dann auch komplett in Ruhe. Jetzt habe ich so viel über das Positive gesprochen. Es gibt natürlich auch ein paar negative Sachen, die ich ansprechen muss. Und das ist zum einen der Preis. Mit Kugelkopf und allem Zubehör habe ich insgesamt fast 1.800 Euro dafür bezahlt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr große Investition gewesen. Dafür kriegt man zum Beispiel auch ein sehr gutes Objektiv von Nikon. Also man muss sich überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Und der zweite Nachteil ist natürlich auch, es wird importiert aus den USA. Dadurch wird es natürlich hier auch nochmal teurer. Das heißt, wenn man sich das in den USA kauft, hätte ich glaube ich nur 1.400 Dollar gezahlt. Hier zahle ich 1.800 Euro. Das ist schon ein Unterschied von ungefähr 500 Euro, nur dafür, dass es dann nochmal importiert wird. Es gibt hier ein oder zwei Online-Shops. Ich werde euch die unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Beziehungsweise auch alle einzelnen Produkte, die ich jetzt hier mir zusammengekauft habe, nochmal verlinken. Wer da Interesse hat, kann da dann einfach draufklicken. Jetzt, wo ich Positives und Negatives gesagt habe, stellt sich natürlich die Frage, für wen ist dieses Stativ überhaupt geeignet? Ich habe ja schon gesagt, ich würde es auf keinen Fall irgendeinem Anfänger empfehlen, da es natürlich viel zu teuer ist. Wenn du sehr viel fotografierst und sehr viel mit Stativ fotografierst, das heißt, wenn du Landschaftsfotograf bist, wenn du Städtefotograf bist oder zum Beispiel Produktfotograf und sehr viel mit deinem Stativ unterwegs bist und auch in Orten, wo es halt wie gesagt schon extremere Wettersituationen gibt, dann kann man auf jeden Fall darüber nachdenken. Es ist auf jeden Fall ein Stativ, was man sich einmal kauft und damit dann eigentlich komplett seine Ruhe haben sollte. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch einen sehr, sehr guten Kundensupport von Really Right Stuff, den ich auch selber schon ausprobiert habe. Aber wie gesagt, das sollte hier eigentlich eine Once-in-a-Lifetime-Investition sein, wie man so schön sagt. Und dann ist man hier auf jeden Fall sehr gut beraten. Es gibt natürlich auch zum Beispiel von Gizzo noch ein ähnliches Stativ, was glaube ich auch ein bisschen günstiger ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht alle Stative ausprobiert, die es auf dem Markt gibt, wie denn auch. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Stativ mir besorgt, weil ich das ausprobiert habe und für gut empfunden habe. Ich bin kein Stativ-Tester. Das ist jetzt hier alles meine persönliche Meinung. Und vielleicht gibt es da auch noch andere Varianten, die könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare posten. Das soll es aber dazu gewesen sein. Ich hoffe, damit sind alle Fragen beantwortet. Falls nicht, auch unten in die Kommentare einfach. Wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat, dann klick auf jeden Fall auf den Daumen nach oben. Wenn du weitere Videos von mir sehen willst und auch nicht mehr verpassen willst, dann klick auf den Abonnieren-Knopf, wenn auch nicht getan. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.